Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein kleines Labervideo. Ich gebe euch so ein bisschen ein Update, was so demnächst Zeit passiert. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Mir ist gerade was richtig Doofes passiert. Ich habe gestaubsaugt und geputzt und so. Und beim Staubsaugen hier in dieser Ecke habe ich mich hingekniet, weil ich wo rankommen wollte mit dem Staubsauger. Und hier steht das DBX, das Ding, wo mein Mikrofon angeschlossen ist. Und es hat so eine Kante. Und beim Bücken bin ich voll mit meiner Popobacke an dem DBX hängen geblieben. Ich habe nur gemerkt, wie meine Hose gerissen ist und es auf einmal mega weht hat. Und dann bin ich schnell zum Spiegel gerannt und naja, es hat mir meine Popobacke aufgerissen und es hat geblutet. So etwas ist mir noch nie passiert in meinem Leben, dass mir die Hose gerissen ist im Haushalt. Und naja, sowas. Jetzt habe ich eine Schramme am Popo und ich weiß nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Obwohl es geht eigentlich. Ich finde, der Bereich ist nicht so empfindlich, wie wenn es an anderen Stellen passiert wäre. Ich glaube, an anderen Stellen hätte ich es die ganze Zeit noch gemerkt. Ja, es ist nur eine Schramme, nicht so schlimm, aber es ist irgendwie eine lustige Geschichte. Und trotzdem, ist euch sowas schon mal passiert? Egal, was ich sagen wollte. Hier geht es jetzt bald weiter mit Pen & Paper. Entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. Ich habe jetzt auch schon eins abgedreht. Es wurde von mir geleitet. Ich hatte ein paar super Gäste dabei. Einmal Just Becky, dann Findelfuchs und Doom. Das war meine Dreiergruppe, die beim letzten Pen & Paper dabei war, was jetzt nächste oder übernächste Woche dann hochgeladen wird. Und Doom, jetzt kommen wir zu Doom, ist nämlich auch die Person, die mir ein Logo gebastelt hat. Und das Logo blende ich euch jetzt einmal hier ein. Und ich liebe es so sehr. Es ist ein kleiner Würfel mit Hörnern oben. Also man könnte meinen, es befindet sich eine Gestalt hinter diesem Würfelsymbol, die Stift und Papier in der Hand hält. Ist es vielleicht der Spielleiter? Ist es irgendwer, der die Geschichte lenkt? Ja, ich mag auch die Farben und so. Doom hat mir ein paar Skizzen geschickt und gesagt, ob es so in diese Richtung gehen soll. Und ich fand es eigentlich direkt cool. Ich finde, es hat so ein bisschen was Düsteres, aber auch was Schickes und Süßes. Und ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt es mir richtig, richtig gut. Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, wie ihr das findet. Das ist jetzt der Logo-Reveal. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Dieses Logo soll nämlich auch das Logo für meinen Podcast werden. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, weil ich mache nicht irgendwie, ja, es fällt mir immer schwer, Werbung für mich zu machen. Und super, super viel Werbung. Und ja, der Podcast geht ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Deswegen bekommen das nicht immer so viele Leute mit. Aber ich habe einen Podcast, also die Pen & Paper Videos, die hier hochgeladen werden, die werden auch von MyLito, einem sehr geschätzten Community-Mitglied, weiterverarbeitet. Und es wird Musik unterlegt und Sound unterlegt. Und genau, das wird dann bei Spotify runtergeladen, hochgeladen. Da könnt ihr euch das kostenfrei ohne Werbung angucken. Ihr braucht auch keinen Account dafür. Und ihr könnt das Ganze aber auch auf anderen Podcasts hören. Ihr könnt nämlich auch die Sache in den RSS-Feed einbauen, eures jeweiligen Podcasts. Ihr findet beide Links unten, einmal den Spotify-Link und das für RSS. Und dann könnt ihr das in eurem jeweiligen Podcast einbinden und auch da hören. Genau, 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 genau. Ja, das ist das Logo, was ich unbedingt einmal so teilen wollte. Nächste Woche, wenn alles klappt, kommt dann erstmal der Gamescom-Vlog, so der Plan. Dazu wollte ich aber noch hier und da ein bisschen was aufnehmen und was erzählen. Und ich muss noch ein bisschen drüber sprechen, Voice-Over machen. Genau, das muss noch die Woche passieren, sodass es dann nächste Woche hochgeladen werden kann. Da könnt ihr sehen, was ich auf der Gamescom gemacht habe und so wie meine Zeit da war. Aber genau dann, die Woche danach, vielleicht wird es auch getauscht, wenn es mit dem Gamescom-Vlog nicht so richtig klappt und ich das zeitlich nicht hinbekomme. Aber die Woche danach ist dann der Pen & Paper Termin, die Pen & Paper Aufnahme geplant. Und genau, danach, Trommelwirbel, gibt es ein Karten-Reveal meiner Welt. Und Tyrantia ist ja meine Welt und Steffen war so lieb und hat mir vielleicht eine Karte angefertigt. Und die stelle ich euch dann danach vor. Genau, da erkläre ich euch dann, wie meine Welt funktioniert, Details aus meiner Welt, die Gegenden und zeige euch einmal die Karte zu dem Ganzen. Genau, außerdem, danach dann wahrscheinlich, kommt ein Fanta-Test. Ich habe so ein paar Sorten aus Asien hier, also, ja, werdet ihr dann im Video sehen. Und die würde ich gerne testen. Genau, das Video muss ich auch noch aufnehmen und das bekommt ihr dann wahrscheinlich danach die Woche. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal und drückt die Glocke. Ihr wisst, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Genau, genau, genau. Und außerdem noch, Stream Elements hat ja den Merge eingestellt. Und deswegen starte ich bald eine, also mache ich bald einen Neustart in Sachen Merge. Und da sind auch noch ein paar coole Dinge geplant. Ich freue mich da sehr drauf. Also, da, wo ich es dann machen werde, kann man halt super viele coole Sachen auswählen. Nochmal mehr als bei Stream Elements vorher. Und es wird auch eine eigene Tyrantia-Merge-Kollektion geben. Also, bleibt gespannt. Ich gebe euch dann Bescheid, wenn das alles am Laufen ist. Und darauf freue ich mich auch sehr, 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 sehr. Etwas Werbung in eigener Sache. Wenn ihr diesen Kanal oder generell mich als Person monetär unterstützen wollt, dann ist jetzt gerade eine sehr, 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 sehr gute Möglichkeit dazu. YouTube gibt mir aktuell für jede neue Mitgliedschaft 10 Euro Bonus obendrauf. Das heißt, 12,99 Euro, obwohl ihr nur 2,99 Euro investiert habt, gehen dann an mich. Das ist eine sehr coole Sache. Ist auch wahrscheinlich einmalig und kommt so nie wieder. Also, es ist jetzt noch eine Möglichkeit für euch, falls ihr Bock drauf habt. Falls ihr noch ein paar Euros über habt und euch unterstützen wollt. Würde mich natürlich riesig freuen. Danke schon mal an der Stelle. Auch an die 40. Ich glaube, zuletzt waren es 40, die Mitgliedschaften abgeschlossen hatten. Danke. Voll crazy, ey. Hätte ich auch schon gar nicht gut gerechnet. Aber ich dachte, ich sage es jetzt schon nochmal. So, das Maximum wären 100 Mitgliedschaften. Dann hätte man es voll ausgereizt. Das ist mega crazy. Danke, danke, danke schon mal. Dankeschön. Tausend Dank. Alternativ gibt es natürlich auch noch Kofi. Da könnt ihr auch sowas wie Mitgliedschaften oder Abos abschließen. Oder ihr könnt da auch ganz normal einfach eine einmalige Donation abgeben. Genau, das einmal, falls ihr da irgendwie Bock drauf habt, mich finanziell zu unterstützen. Aber genug dazu. Genau, das sind die Pläne in nächster Zeit für die nächsten Wochen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das meiste ist eigentlich auch schon so in den Startlöchern unvorbereitet. Ich freue mich sehr drauf, jetzt wieder so wöchentlich dann YouTube-Videos online zu stellen. Ich habe es ja die ganze Zeit versucht. Aber jetzt dann wieder, ja, ich hoffe jetzt, na, jetzt geht es wieder in die richtige Bahn. Und ansonsten, ja, kommt gerne rum, folgt diesem Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Freut ihr euch? Ansonsten sehen wir uns gleich im Livestream auf Twitch. Ciao.